Ich zeige dir eine schnelle und einfache Nylard mit dem neuen Clare Beauty Booster Effekt G. Ich trage hierfür ein helles Farbgel als Grundierung auf und lasse es entsprechend in der Lichthärtungslampe aushärten. Auf keinen Fall sollte nach dem Aushärten die Schwitzschicht entfernt werden. Nach dem Aushärten trage ich eine dunklere Kontrastfarbe auf. Ich habe mich bei diesem Beispiel für das Farbgel Midnight Blue entschieden. Dieses trage ich nun in einer dünnen Schicht auf das zuvor ausgehärtete Farbgel auf und härte es diesmal nicht aus. In das nasse Farbgel trage ich mit einem Swill das Booster Gel punktuell auf. Lass den Gel kurz Zeit, damit es sich mit dem Farbgel verschmelzen kann. Nun siehst du, wie der sogenannte Blubber Effekt entsteht. Je länger ich mit dem Aushärten warte, umso mehr zieht es sich auseinander. Es wird beim Booster Effekt empfohlen, hochdeckende Farbgel zu verwenden. Da du das jeweilige Farbgel nur einmal aufträgst, würde das Design sonst nicht so sauber aussehen. Zudem gilt, je heller der Farbunterschied, umso dezenter das Design. Mit dem Booster Effekt Gel kreierst du in wenigen Sekunden aussergewöhnliche Nageldesigns. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, versiegle ich es zum Schluss und lasse es gut in der UV- oder LED-Lampe aushärten. Bestelle jetzt das Booster Gel im Claire Beauty Online Shop und verschönere deine Nägel mit dem individuellen Blubber Effekt. Balbene Musik ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020